In diesem Video lernen wir guten Morgen auf Ägyptisch und heißt Sabah Il-Kheer Sabah heißt morgen, Il-Kheer heißt des Guten. Wir sagen Wort zu Wort morgen des Guten. Sabah Il-Kheer Wenn du jemanden triffst, egal Mann oder Frau, du sagst zu ihm oder zu ihr Sabah Il-Kheer. Die andere Person antwortet Sabah Il-Kheer. Du sagst auf Deutsch Guten Morgen, ihr andere Wort ist auch Guten Morgen im Ägyptischen nicht. Du sagst Sabah Il-Kheer. Die andere Worten Sabah Il-Nur. Wir haben in diesem Video drei Wörter gelernt. Das erste Sabah. Das zweite Il-Kheer. Das dritte Il-Nur. Sabah Il-Kheer. Guten Morgen. Wenn du jemanden triffst, sagst du zu ihm Sabah Il-Kheer. Wenn du jemanden triffst, sagst du zu ihm Sabah Il-Kheer. Du antwortest, wenn die Person antwortet Sabah Il-Nur. So kann man sein. Das dritte Einstiegst du zu ihm. Das dritte Il-Kheer. Ich sie dir ja hier. Bis zum nächsten Mal. Das dritte Il-Kheer. Bis zum nächsten Mal.